Hier stinkt nach Fisch. 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 Oh, ein Butterling. Oh, lass uns tragen, komm. Halt, stopp. Stopp, stopp. Bleib stehen. Halt an. Was hast du getan? Ich wollte doch nur mit ihm spielen. Gott sieht alles. Ihr wollt mir doch nur Angst anjagen. Gott ist ja sauer auf dich. Ich will keine Freunde, die mir Angst anjagen. Wo ist eigentlich Gott? Ich weiß nicht, wir können ja mal suchen. Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Vielleicht hier oben? Nee. Nein. Er ist bestimmt unsichtbar. Gott schickt eine Windflut. Ihr müsst künftig um acht an der Erde sein. Aber ihr müsst nur zu zweit kommen. Hier ist ein Hüttel für dich und ein Hüttel für dich. Gott schickt eine Windflut. Dein Finguin. Dein Finguin, wo bist du? Kam her. Dein Finguin, wo bist du? Wo seid ihr? Hier. Hier, wo bist du? Wo hier? Ich glaube, ich sehe euch. Ich komme mal so schnell, wie ich kann. Was ist denn los? Gott zieht eine Windflut. Wir müssen morgen um acht an der Arche sein. Aber es dürfen nur zwei Pinguine mit auf die Arche. Was können wir tun? Ich habe eine Idee. Ihr braucht eine Kiste. Steck uns da rein. Und dann macht ihr Fisch drüber und sagt, es ist nur Futter. Okay. 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 Jetzt hat ich mich gefisch. Ja, muss ja auch ordentlich stinken. Noah soll noch nichts mehr geben. Ja. 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 Komm. Musik 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 Taube, flieg los, find der Land. Musik 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 Oh nein, Noah hat gerufen, wir müssen vom Denken, wie wollen wir dich doch hier rausziehen. Der hat doch noch den Karton. Ja, aber der misst uns nicht. Nach 40 Tagen ist unser ganzes Kuh da schon längst her. Ja, ich habe es. Wattchen, wir verkleiden es. Und ein Wattchen, Schaube. Stimmt, du hast du beschäftigt mit deinem Tier, der bekommt es gar nicht mit seinen Tauern. Stimmt, du hast du beschäftigt mit deinem Tier. Stimmt, du hast den Karton getrückt, ja. Ich bin nicht so schnell. Nein. Jetzt werden wir vier losgauen wollen. Ach nichts. Das läuft so noch. Ich hab mir nur den Fügel-Uhr mit. Ja, ist alles gut? Wirst du nicht, wir sind gut. Auf Wiedersehen. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir sind die einzige Gruppe, die hier drin sind. Wir haben es geschafft! Vielen Dank!